Inspektor Gadget Röckenblick Gadget hat Mut Kein Wunder mit Ehud Schrecken von dich zurück Inspektor Gadget ist ein tolles Stück Uh-uh-uh Der ist ganz enorm Inspektor Gadget ist in Superform Ja-ja, jetzt macht's klick Ab und zu kommt's auch ganz dick Gadget geht ran Zeigt euch, was er kann Wer ist wieder da? Inspektor Gadget Der hat eine heiße Spur Ja, natürlich, ja Inspektor Gadget Der König hat mir sein Lama versprochen für die drei Prophezeihungen, die ich mache Es liegt in deinem eigenen Interesse die Sache gut zu machen Bambini Keine Sorge, Dr. Kralle Das werde ich Schließlich steht mein guter Ruf als größter Magier der Welt auf dem Spiel Also, dann sag mir sofort meine Zukunft voraus Kein Problem Ich sehe Diamanten nichts als Diamanten in ihrer Zukunft Dann sag dafür, dass ich sie sofort kriege Ja, wohl, Dr. Kralle Onkel Gadget, hast du dran gedacht die Alarmanlage einzuschalten? Na klar, Sophie Aber ich sehe lieber nochmal nach Ja, hier müsste es sein Ah, das ist sicher für uns Hilfe, helfen Sie mir doch Ja, hier war ich zum letzten Mal Dieses Lebensmittelpaket stand vor der Tür Ich lege gleich alles weg Finde ich eigenartig Ach, Sophie, sei so gut und schalte das Sicherheitssystem wieder ein, ja? Sofort, Onkel Gadget Meine Schlüssel Oh nein Jetzt geht das schon wieder los Einen Moment mal Go, go, Gadgetto-Lupe Ach, du liebe Gadget Sof, ein Ding Aber nein, Onkel Gadget Das ist doch der Lieferant Ach was, Lieferant Der hat doch gar nichts zu liefern Tut mir leid Aber mein Onkel hielt sich leider für einen Dieb Bei dem Spinner habe ich jedenfalls zum letzten Mal geliefert Ich esse zu gern chinesisch, Onkel Gadget Aber man muss auch verstehen, mit den Stäbchen umzugehen Das Geheimnis ist die richtige Haltung der Finger Ja, sieht her So Köstlich war das Fino, heute bist du aber dran mit Abwaschen Was, ich bin dran? Ja, Onkel Gadget Gestern hat er abgewaschen Also gut Tut mir leid, Chef Ach, du lieber Gadget Mein super geheimes Gadgettofon hat geläutet Sind Sie es, Chef? Sind Sie irgendwo am Meer? Was? Ich komme, Chef Chef, was machen Sie denn im Gadgetto-Geschirrspüler? Nehmen Sie ein Bad? Lügen Sie Das diamantenspuckende Lama des Königs von Alpagastan soll entführt werden, Stop Kümmern Sie sich darum, Stop Es ist höchste Eile geboten, Stop Diese Nachricht zerstört sich von selbst, Stop Alpagastan Da findet doch gerade das Lobbyballturnier statt Nicht jede Sache sofort nach, Chef Sie können sich auf mich verlassen Inspektor Gadget, immer bereit Was machst du, Onkel Gadget? Ich bin hinter einer Sache her Äh, was hältst du davon, wenn wir dir beide helfen? Ihr solltet lieber hierbleiben, Sophie Die Sache ist zu gefährlich für euch Wie du meinst, Onkel Gadget? Er hat seinen Flubbyballschläger eingepackt Es gibt nur einen Ort, wo man Flubbyball spielt Genau, Fino, Alpagastan Die sollten Onkel Gadget lieber begleiten, man weiß ja nie Gadget, Pops! Ja, Doktor Kralle? Gadget fliegt nach Alpagastan Reserviere einen speziellen Platz für ihn Ja, klar, Doktor Kralle Entschuldigen Sie, ich hatte einen Platz nach Alpagastan gebucht Natürlich, Misty Wollen Sie Raucher oder lieber Nichtraucher? Nein, lieber Nichtraucher Ein Platz, der raucht, könnte eventuell gefährlich werden Ah, du, Fino Die Kartenverkäuferin ist ein Agent von Matt Wir dürfen Onkel Gadget nicht aus den Augen lassen Die Sache gefällt mir nicht Glaubst du, dass Matt uns überwacht? Wir müssen ganz besonders gut aufpassen Zuerst mal den Luftdruck senken Und dann Das Schlafgas wird seine Wirkung bei Inspektor Gadget bestimmt nicht verfehlen Inspektor Gadget, alle Passagiere müssen die Maske unserer Gesellschaft tragen, das ist Vorschrift Dann setzen Sie sich schnell auf Ist nur dessen, haben wirklich alle Hände voll zu tun Go, go, Gadget, du hältst Sie schlafen ja alle Gemüle Gesellschaft Da werde ich auch ein kleines Nickerchen machen Mal, Mal Zino Aufwachen, aufwachen Jetzt Sie schlafen Wir müssen die Gelegenheit nutzen Nein, nicht Dann werde ich mich eben um den Joghurtjet kümmern Ach du lieber Gadget Go, go, Gadget, du Schirm Ach du lieber Gadget Go, go, Gadget, du Schrauber Ach du lieber Gadget Ach entschuldigen Sie Können Sie mir vielleicht sagen, wo ich gelandet bin Beruhige dich Hör auf zu weinen Onkel Gadget wird es schon schaffen Sieh mal da Dieses Lama spuckt nicht nur Es läuft auch noch rückwärts Finde ich eigenartig Höchst eigenartig finde ich das Hurra Ich gehe zum Palast, um den König und sein Lama zu finden Und du bleibst bei Onkel Gadget Sind Sie bereit für meine erste Prophezeiung? Ich warte Sie gehen auf eine große Reise Euer Majestät, Euer Majestät Ihr habt bei der großen Lotterie von Alpacastan gewonnen Ihr habt eine Reise nach Hawaii gewonnen Sie sind erstaunlich Ich liebe solche Prophezeiungen Danke, Euer Majestät Sitz hier nicht rum, mach, dass du rauskommst Und jetzt komme ich zu meiner zweiten Prophezeiung Ich sehe einen Unfall Unglücklich und unvorhersehbar Aber natürlich nicht für mich Ach du lieber Gott, ein Unfall Sie sind in Gefahr, Majestät Kleiner Bambini An großen Bambini, ich bin so weit Euer Majestät, wenn ich euch bitten dürfte Etwas zur Seite zu treten Ich habe das Gefühl, Sie sitzen da sehr gefährlich Das ist ja unglaublich, wie Sie das alles machen Das ist ja nicht zu fassen, großer Bambini Ihre zweite Prophezeiung hätte sich beinahe erfüllt Ohne sie hätte ich einen schrecklichen Unfall gehabt Ach dieser Gadget, er lebt ja immer noch Beseitigt ihn, bevor er meine Pläne zunichte macht Diesmal versage ich nicht noch mal, Dr. Kralle Was für ein wunderschöner Ort Inspektor Gadget Mit besten Empfehlungen von der Stadtverwaltung Oh, was für ein liebenswürdiger Empfang Entschuldigung, Monsieur Ich war etwas in Gedanken Ich kann Sie leider nicht verstehen Tut mir leid Entschuldigen Sie, aber Sie sind mir zu lebhaft Go, go, Gadget, du halt Der Kerl ist wirklich ein bisschen aufdringlich Wenn ich nur wüsste, was für eine Sprache das ist Ah, jetzt verstehe ich Warum sagen Sie nicht gleich, dass Sie das Buch haben wollen? Für mich ist es wertlos, ich kann nicht drin lesen Ich spreche nur Deutsch Das Buch können Sie gerne haben Ah, Herr Uthau So, und jetzt suche ich mir erstmal ein Hotel Er ist ja immer noch am Leben Ich glaube, ich muss den großen Wambini persönlich bemühen Gadget ist am Leben Er läuft hier über den Weg Beseitige ihn Ich sehe einen großen Schatten auf der Zukunft unseres lieben Inspektors Also sorge dafür, dass dieser Schatten für die Ewigkeit ist Kleiner Wambini Gadget ist unterwegs Häng dich dran und lass sie nicht aus den Augen Ja, verstanden, euer Gnaden Worauf habe ich mich da nur eingelassen? Nach der dritten Prophezeiung gehört mein Lama Ihnen Es fällt mir schwer, mich von dir zu trennen, mein Schatz Geschäft ist Geschäft, euer Majestät Wir kommen also zur dritten Prophezeiung Ich möchte das Ergebnis des Floppyball-Spiels, das hier morgen stattfindet Wenn die Königin, meine Gattin, ihre Wette gewinnt, höre sie ständig darüber reden Gebt mir euer Lama und ich sage euch den Namen des Siegers Ich kann meine Lili nicht weggeben, sie ist wie mein eigenes Kind Ihre Lili wird es gut bei mir haben, denn sie wird das Lieblingstier des großen Bambini Mein Gott, warum gab ich nur dieses Versprechen? Also los, machen Sie Ihre dritte Prophezeiung Einverstanden Hier müssten eigentlich noch Zimmer frei sein Ach, sagen Sie ihm Oh, Inspektor Gadget, ist das eine Überraschung Dürfen wir Sie einladen? Seien Sie Gast des großen Bambini Was sagen Sie? Bambini? Welch Zufall, er ist mein Lieblingsmagier Der berühmte Inspektor Gadget, er weist mir die große Ehre, mein Gast zu sein Die Ehre ist ganz auf meiner Seite Was kann ich für Sie tun, um Sie zu erfreuen, Inspektor? Es wäre fantastisch, wenn Sie mich halbierten Keine schlechte Idee Aber jetzt müssen Sie mich kurz entschuldigen, Inspektor Denn ich muss jetzt zu seiner Majestät, wegen der dritten und letzten Prophezeiung Er erwartet mich Das trifft sich gut Ist er nicht außergewöhnlich? Er ist mein Lieblingszauberer Ja, ja, ich sehe es ganz deutlich Die Mannschaft im gestreiften Trikot wird gewinnen Und wenn Sie sich nicht irren, wird mein Lama Ihnen gehören Oh, ich gewinne meine Wette gegen die Königin Das passiert zum ersten Mal Noch nie habe ich eine Wette gegen die Königin gewonnen, Inspektor Gadget Sie hat nämlich auf die Mannschaft mit den Punkten gesetzt Also werden wir dafür sorgen, dass Sie Bestreiften gewinnen Ich weiß auch schon wie Wer bist du? Wer darfst du weiter? Halt ihn im Auge Ich brauche dir nicht zu sagen, was der große Wambini vorhat Oh je, da kommt jemand Es waren die Agenten von Matt Der große Wambini hat es nicht gern, wenn man hier rumspioniert Das ist nicht gern, wenn man hier rumspioniert Ich bin im Omnibus eingesperrt Ich bin im Omnibus eingesperrt Ich bin im Omnibus eingesperrt Hilf mir! Gadget, Gadget lebt ja immer noch Ich kann nichts dafür Ihr seid alle Versager Den werde ich mir kaufen Na warte Gadget, ich kriege es schon Oh, also Hier bin ich, Fino Danke, Fino Das sind ja alles Roboter Wir verstecken uns hier, bis das Spiel beginnt Ich will versuchen, die Roboter während des Spiels mit meinem Computer zu steuern Bis zum nächsten Mal Ach, du lieber Gott. Ich glaube, ich trenne mich nicht von meiner Lili-großer Vampini. Zu spät, euer Majestät, zu spät. Am Ende des Spiels wird das Lama mir gehören. Sieh mal da, Fino. Von da oben werden die gesteuert. Geh aufs Spielfeld und hilf den Gepunkteten. Verstanden? Ich versuche unterdessen, die Roboter zu übernehmen. Chef Contier, bitte melden. Wo? Die Mannschaft mit den Punkten setzt einen neuen Spieler ein. Der Spieler kommt mir irgendwie bekannt vor. Go, go, Gaggetto Hals mit Gaggetto Fernrohr. Ja, 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 ja. Ach, du lieber Gagget. Jetzt weiß ich, wer das ist. Ein Agent von Met. Go, go, Gaggetto Beine. Die gestreifte Mannschaft braucht mich. Das Spiel ist ausgeglichen. Es steht jetzt 1 zu 1. Ich hab dich entlarvt. Sehr liebenswürdig. Gadget hilft mir, das Lama zu kriegen. Tut mir leid, Onkel Gadget. Den werde ich jetzt mal vormachen. Ach, lieber Gadget. Gino, dir bleiben noch ein paar Sekunden. Damit müsste ich den Roboter aufhalten. Go, go Gadget, Skischrauber. Und hier der endgültige Spielstand. 2 zu 1 für die gepunktete Mannschaft. Meine kleine Lili bleibt bei mir. Meine Mannschaft hat das Spiel gewonnen. Verflucht. Und zur Helle. Also Gadget, das Lama ist wohl auf. Und sie wohl auch. Ich frage mich, wie sie das geschafft haben. Ganz einfach. Ich bin einfach ein Naturtalent. Aber wie kommt ihr denn hierher? Nein, lass mich raten. Ihr seid mit Chefko und General Pakistan gekommen. Wegen des Flobbyballturniers. Soll ich Ihnen mal was verraten? Ich höre, Gadget. Ich habe nicht so viel Ahnung von dem Spiel. Aber unser Spiel ist noch nicht zu Ende. Ich komme, Fino. Achtung. Hast du dir was getan, Onkel Gadget? Wenn du so einen gefährlichen Sport treibst, solltest du immer eine Schutzkleidung tragen. Ja, genau. Du hast ganz recht, Sophie. Denk dran. Wenn du Rollschuh oder Schlittschuh läufst, musst du immer Ellbogen oder Knieschützer tragen. Und auf dem Kopf ein Sturzeln, wie Fino. Das ist doch ganz klar. Inspektor Gadget hat eine heiße Spur. Weiß auch, wer es war. Inspektor Gadget. Das ist doch ganz so. Ne, klar. Ja, ja. Jetzt macht's Klick. Ab und zu kommt's auch ganz dick. Gadget Iran. Zeigt euch, was er kann. Wer ist wieder da? Inspektor Gadget. Wer hat eine heiße Spur? Ja, natürlich, ja. Inspektor Gadget.